Moin zusammen! Ja, hier ist mal wieder euer kleiner Streamkeks. Eigentlich wollte ich heute tatsächlich nichts über Frau Birella machen. Dafür wollte ich morgen die Aufklärung betreffend Jabo und Battle Metal machen. Ja, heute ist eigentlich ein Tag, wo ich mir gesagt habe oder wo ich mir sagen wollte, Streamkeks, scheiß Tag gehabt heute auf der Arbeit, lass es mal. Aber das kann eigentlich nichts werden. Aber jetzt kommt es. Unsere österreichische junge osteuropäische Dame hat ja tatsächlich mal wieder so ein bisschen was zum Besten gegeben. Sagen wir es mal so. Das möchte ich mir gemeinsam mit euch mal anhören. Meine Lieben, bilde durch eigene Meinung. So, das wollte ich sagen. Wenn ich eine Straftat mache, dann muss ich auch mit Konsequenzen rechnen. Wenn ich irgendwelche Adressen liege, dann muss ich auch mit Konsequenzen rechnen, weil das eine schwere Straftat ist. Zum einen, Adressen herauszugeben, ist nicht unbedingt eine Straftat. Vor allem keine schwere Straftat, wie Sie sie hier betiteln, sondern eher ein, ja, minderschwerer Fall. Allerdings muss man dazu sagen, es kommt natürlich immer darauf an, was für Adressen man liege. Also diese Adressen, die Sie zum Beispiel geleakt haben, das könnte man tatsächlich schwere Straftat nennen. Das sind aber alles Adressen, die Sie auf Ihrem Account geleakt haben. Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob Sie sich darüber im Klaren sind, dass, ja, Sie hier den Fehler begangen haben. Das ist immer so eine Sache, das weiß ich immer nicht so ganz genau, ob Ihnen das so klar ist, dass Sie ebenfalls Straftaten begehen. Adressen liegen, Leute beleidigen, wie zum Beispiel Stranzia. Darüber kommt dann auch zum Wochenende nochmal was. Und all solche Scherze, das sind ebenfalls Straftaten, die Sie begehen. Und zwar in einem Live. Und darüber sollten Sie sich vielleicht auch mal im Klaren sein, dass nicht nur andere Leute, wie Sie es bezeichnen, schwere Straftaten begehen, sondern Sie selbst auch. Und dass das Ganze dann auf Sie zurückfallen könnte. Das sollten Sie vielleicht mal in Ihre Überlegungen mit einbeziehen. Behaupten, dass ich irgendwie Schulden habe, sicher, wenn ich Sachen nicht bestellt habe und ich bekomme Mahnungen, muss ich auch... Ich möchte es mal so sagen. Wenn man Sachen nicht bestellt hat, diese Pakete annimmt und nicht wieder zurückschickt, dann hat man ab dem Zeitpunkt, wo man diese Pakete angenommen hat, einen Vertrag mit der Firma abgeschlossen und ist zahlungspflichtig. Sorry, aber ist eigentlich so. Das ist ganz normaler Vorgang. Und zwar ganz normaler Vorgang bei Buchhaltung. Nimmt man etwas an, behält es, ist man zahlungspflichtig und bekommt Mahnungen. Ja, Frau Birella, das ist so. Sie haben quasi die ganzen Sachen angenommen, ob das jetzt Zolando ist oder was weiß ich wer noch alles, und haben damit eine Straftat begangen. Beziehungsweise begehen gerade eine Straftat. Straftat der Unterschlagung. Oder Veruntreuung, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Aber genau das tun sie gerade, Frau Birella. Mit Konsequenzen rechnen, dass das eine Straftat ist. Und Leute, ich wollte euch etwas sagen. Macht euch niemals lustig, ob er Menschen im Internet was auf Depressionen leiden will. Das ist wirklich eine schlimme Krankheit. Ganz ehrlich gesagt, würde ich nie tun. Ich würde auch nicht unbedingt auf Leute losgehen, die Depressionen haben. Das tue ich eigentlich auch nicht. Ich weiß, ich habe es gerade mal wieder ein bisschen abgemildert. Aber Frau Birella, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir zwei beide, dann ist doch eines klar. Ihr Verhalten, ihr gesamtes Verhalten, passt nicht dazu, zu einer Depression dritten Grades. Ganz, ganz viele Leute schreiben unter meinen Videos, die tatsächlich an Depressionen leiden, den ganz normalen Vorgang. Also auch, wie sie sich fühlen. Und dass sie gar nicht in der Lage sind, zum Handy zu greifen und irgendwelche lustigen Videos zu machen. Oder solch ein Video. Oder ähnliche Sachen. Oder live zu gehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch wenn man dann auch noch Angstzustände hat. Also irgendwo noch eine zusätzliche Krankheit, dann funktioniert das, was sie hier uns weismachen wollen, gar nicht. Sie versuchen jetzt gerade auf etwas zu reagieren, wo sie noch gar nicht wissen, was dabei rauskommt. auf dieses Sache, ja, wo Metal und Metal, Grüße gehen raus, gestern mit Jabo gesprochen haben. Wie gesagt, das Video kommt morgen, weil da brauche ich echt Zeit, weil die haben zwei Stunden gesprochen, weil hier unsere ja, österreichische Schönheit dort hingekommen ist und ganz wilde Sachen gesagt hat. Also, wie gesagt, das kommt morgen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wird aber ein extrem langes Video. Aber wie gesagt, Frau Birella, Leute, die tatsächlich dran leiden, auf die geht keiner los. Auch niemand aus der Gemeinde. Das tut niemand. Behaupten, dass ich irgendwelche Tabletten, ich muss meine Dinge gegen Depression essen, ja, weil ich Ja, das ist ja auch richtig. Aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um was ganz, ganz anderes, Frau Birella. Wir können ja mal hören, weil sie sagen ja, sie nehmen nur die Depressionsmittel. Eventuell kommt ihnen etwas bekannt vor. Wir gehen mal hier hin und hören uns doch mal ganz kurz nur etwas an. Nur mal ganz kurz. Ja, nur mal ganz, ganz kurz hier mal was anhören. Ja, auf jeden Fall. Du, wirklich, wirkst Sahnachs, das ist ein Wunder. Seit wann ich das nehme, es ist, oh mein Gott, ich werde das ganze Leben nehmen. Ich schwöre dir, ich kann mir selber Kaffee machen, Essen, alles, alles kann ich selber. Das ist, ich weiß nicht, warum die Ärzte so dumm sind. Frau Birella, kam Ihnen das bekannt vor? Also das Gespräch geht noch weiter, also davon mal ganz abgesehen. Aber kam Ihnen das bekannt vor? Und vor allen Dingen derjenige, oder diejenige, die das gesagt hat? Kommt Ihnen die bekannt vor? Also ich persönlich würde mal sagen, diese Person kommt aus Puchberg, am Schneeberg und ja, wohnt in ihrem Haus und in ihrem Zimmer. Nur mal so als Denkanstoß. Also nur mal so. Die Depression einfach habe. Aber irgendwie Sachen bestellen auf meinen Namen. Tausende Mahnungen, das ist alles eine Straftat. Adressen liegen, das ist alles eine Straftat. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Bank überfalle, dann muss ich damit rechnen, dass ich irgendwann ins Knast komme. Wenn mich... Nein, also Sie würden definitiv bei einem Banküberfall... Sie würden wahrscheinlich eine Bank mit einer Parkbank verwechseln. Also davon gehe ich ganz stark aus. Meine Meinung. Wenn jemand persönlich am TikTok stört, dann blockiere ich diese Person. Ganz einfach. So. Ich weiß nicht, was ich damit mitteilen wollte. Ja, das weiß ich momentan eigentlich auch nicht. Ne? Aber um nochmal auf... Von wegen... Sie haben keine Schulden. Ne? Nochmal drauf zu kommen. Frau Birella, wie kommt es dann, dass eine Anwaltskanzlei im Namen von Paypal sie auffordert, sie auffordert, inklusive Mahngebühren, Zinsen und tralala, rund 8000 Euro an sie zu zahlen. Woher kommt das denn? Nur mal so als Frage. Ich habe da eine Kontowarnung auf dieser Account und ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte euch nur sagen, wenn ich dieses Account verliere, gehe ich da richtig anwältig vor. Also richtig anwältig. Okay. Mit was für einem Anwalt ich denn? Also mit was für einem Anwalt? Entschuldigung. Ich falle jetzt auch schon in dieses Komische. Ne, aber mal so gefragt. Wogegen wollen sie denn vorgehen? Dagegen, dass TikTok seine Richtlinien durchsetzt? Oder wogegen wollen sie vorgehen? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ne? Wenn sie tatsächlich gegen ein Unternehmen wie TikTok vorgehen wollen, dann sollten sie sich einen sehr, sehr guten Anwalt nehmen. Ne? Also, der auch Medienrecht versteht. Ne? Vor allen Dingen Medienrecht. Richtig anwältig vor. Das ist keine Drohung, das ist Fakt. Das ist eine faktische Drohung. Ja, das ist richtig. Ihr habt sowieso schon, ich will gar nicht wissen, was auf die Täter zukommt. Das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Zum einen muss es erstmal Täter geben. Das heißt, diese Leute müssen erst ermittelt werden, wenn es überhaupt Täter gibt. Mittlerweile verfolge ich sie ja schon ziemlich lange. Und ich muss ganz einfach sagen, so durcheinander wie sie, ja, seitdem sie Sanax nutzen und nehmen sind, möchte ich ganz einfach bezweifeln, dass es Täter gibt, die etwas für auf ihren Namen bestellt haben bei Zorlando zum Beispiel. Da zweifle ich mittlerweile dran. Es tut mir leid, aber ich zweifle da tatsächlich dran. Und wenn ich noch eine Klage mache, was nicht irgendwie, meine Videos verstoßen, gar keine Richtlinien, ich weiß nicht, warum die gemeldet würden sind. Ganz einfach, weil sie gegen Richtlinien verstoßen. Frau Birella, Sie sollten sich vielleicht mal die AGBs von TikTok und die Richtlinien durchlesen. Das ist ein Wälzer von keine Ahnung, 20, 30 Seiten oder so. Und dann zusätzlich noch die Creator-Sachen. Weil für sie gelten auch noch die Creator-Sachen. Weil sie live gehen können. Für alle anderen die Community-Sachen. Für sie, die sie live gehen und Creator sind, gelten noch ganz andere Regeln, an die sich zu halten haben. Vielleicht mal durchlesen. Wäre eine Möglichkeit. Dann wüssten sie, warum ihre Videos ja nicht nur zum Teil, sondern wirklich alle sehr, sehr seltsam sind. Game over, Leute. So mal Okay, aber wir können uns ja diese Videos oder die noch vorhandenen Videos doch noch mal kurz überschauen. Ich sehe hier nur eine Frau, die sich anbietet für gewisse Dienstleistungen. Also so erste Blick, ich erste Kontakt mit TikTok und dann sehe ich sowas. Oder sowas hier. Da würde ich sagen, diese Dame ist von einem Gewerbe, was ja eigentlich nicht auf TikTok gehört. Es tut mir leid, genau diesen Eindruck erwecken ihre ganzen Videos. Also das ist meine Meinung und die vertrete ich auch. Aber genau das sehe ich hier. Eine junge Dame, die sich anbietet. Anbietet, anbietet, könnt ihr jetzt halten, wie ihr wollt. Ja, ich würde mal sagen, das war es erstmal für heute. Nur ein ganz kurzes, kleines Update. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen gegen Abend wieder, wenn ich die nächsten Videos herausgebe. Bis dahin, alles Gute, alles Schöne, euer kleiner StreamKeks. Ciao, ciao.